Schönen guten Morgen, schönen guten Abend oder auch eine schöne gute Nacht raus ins Internet. Der TurnschuhTV ist wieder in der Soulbox gelandet und wie man hier schon sieht, das Sofa ist ein Riesensofa geworden, weil wir jetzt so voll, glaube ich, noch nie hier waren. Die Atzen sind bei uns, herzlich willkommen. Hallöchen. Hi. Hallo TurnschuhTV. Ich überlege immer, ich will tatsächlich jetzt irgendwann mal einen Applaus einspielen. Können wir jetzt machen, machen wir jetzt einfach mal. Kannst du auch zum synchronisieren annehmen. Es wird ein bisschen verwirrend. Synchron, asynchron, asynchron, asynchron. Wir haben ja DJ Rekkes mitgebracht auch noch. Dann setzt du mir doch einfach ein paar Q-Punkte auf den Applaus. Das können wir auch machen. Ich fange mal mit der Musik an bei euch, was ja irgendwie bei den Atzen erstmal das erste ist, woran man denkt. Weil an Sneaker denkt man bei euch wahrscheinlich erst im zweiten Weg, dass ihr riesige Sneakerhead seid. Was steht bei euch an? Ihr hattet riesen Hits in Deutschland gehabt. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden. Man sieht bei euch Social Media sieht man immer was. Aber was passiert bei euch gerade? Wir sind gerade sehr viel live unterwegs. Das heißt, wir haben ohne Ende Gigs 2014. Die Leute können das auf unserer Facebook-Seite checken, wo wir sind. An allen möglichen Orten, Clubs, Discos, Konzerte, Festivals. Wir machen eigentlich alles gerade. Und das läuft richtig gut bei uns. Und wir sind zur Zeit viel im Studio. Das heißt, wir arbeiten an Alben. Aber nicht an Atzenmusik Volume 4 oder so, sondern an Soloalben. Man arbeitet an seinem Soloalbum. DJ Rekkes macht auch ein Soloalbum bei uns über Atzenmusik. Und ich arbeite auch an meinem Soloalbum gerade. Wir werfen uns natürlich immer Bälle zu. Wir sind gemeinsam im Studio, produzieren gegenseitig für uns, helfen uns aus. Das ist ganz klar, wir sind definitiv. Lasst euch überraschen. Aber es wird gut. Habt ihr noch Zeit, irgendwie Sneaker zu kaufen? Ja, klar. Online. Online. Das ist einer meiner Hobbys auf jeden Fall auch. Immer online am Spaß. Sneakers kaufen. Das wissen wir ja. Was war das Letzte, was du dir geholt hast? Gute Frage. Ich habe mir von der Firma Hummel Haribo Schuhe geholt. Für 30 Euro. Wirklich. Die riechen auch nach Haribo. Das ist kein Witz. Limitierte Edition. Ansonsten bin ich sehr großer Nike und Adidas Fan auf alle Fälle. Und auf der Suche nach Adidas Phantom. Die gab es glaube ich, wann waren das? 1995? Anfang 90er. Bei Niklas. Die schwarzen, rote, grüne. Ich habe mal im Internet geguckt. Es gibt welche, die wurden irgendwie hergestellt. Die kriegst du nur in Amerika. Von New York nix und so. Da gab es so Adidas Phantom und so eine Limited Edition. Aber ich will halt auch echt die schwarzen. Die schwarzen, die geizen. Und wir wissen ja auch schon, was du dir als nächstes holen wirst. Ach so, ja. Die. Die feiere ich total. Die sehen old school aus, sind aber halt neu. Aus alt mach neu. Ne, die sind geil. Die will ich mir auf jeden Fall holen. Die sind Bombe. Das sind die EQT Support. Okay, weil ich habe ZX8000. Da gab es ja auch mal von Adidas die Star Wars. Die haben ja eine Star Wars Edition gemacht. Das letzte Mal, glaube ich, vor drei Jahren, vor zwei Jahren. Ja, da habe ich mir auch alle geholt. Wo sieht man es? Wahrscheinlich nirgendwo gerade. Der Flux. Der ja im Februar dann kommt. Der ist ja auf Basis von dem ZX8000. Den kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Die sind wahrscheinlich doch mega bequem, ne? Voll geil. Super bequem. Die sind wahrscheinlich gleich bequem. Ich glaube, das wird sich… Die Vorstands, ne? Aber ich habe mir auch, das kann ich ja mal so jetzt einfach mal sagen, die… Das weiß man auch. Die Nike Max habe ich zum Beispiel. Da hast du ja gesagt, wie viel? 2500 hast du? 2600 Euro ich dafür bezahlt. Ich habe aber jetzt mittlerweile auch ein Angebot, da würde mir einer schon 10.000 für gegeben. Die Dinger gehen ab. Aber man muss noch dazu sagen, frag ihn mal, was für eine Karre er fährt. Ja. Pigeot 205. DeLorean. Okay. DMC Motorcars. Da musst du die Schuhe haben. DMC 12. Da musst du die Schuhe haben. Mir fehlt nur noch die Jacke. Du trägst sie nicht, oder? Was, die Schuhe? Die Max? Nein, um Gottes Willen. Die Replikas. Ich habe mir Replikas aufgeholt. Ja, die trage ich ab und zu, ja. Also die Replikaschuhe, die sind Tutti, weißt du? Die sind okay, ja. Ich habe letztens einen Herzinfarkt bekommen, habe ich ja gefragt, trägst du jetzt die originalen Botten und ranz die da so runter? Ja, nö, das sind die Replikas. Kannst du nicht machen, glaube ich. Aber wenn du die Karre hast, finde ich schon… Ja, da komme ich mal bei dir hier rumgefahren. Sehr gerne. Auf jeden Fall. Wenn du mal irgendwie einen Release hast, dann kann man ja den Wagen hier mal hinstellen, weißt du? Astala, Astala, Astala Atze. Es gibt Delorean Schuhe von, nein, glaube ich, oder so. Das müsste Hikmet wissen. Nee, ehrlich gesagt, das weiß ich nicht, aber das ist wahrscheinlich das. Doch, die sehen aber nicht so geil aus, oder? Die sehen nicht so geil aus. Ja, aber wie sehen sie ungefähr aus? Eher langweilig. Eher langweilig. Eher langweilig. Ich bin mir sicher, wir blenden ein Bild ein, oder? Auf jeden Fall. Hervorragend. Jetzt. So sehen sie aus. Aber wo du es gerade hattest, sie hat dir jemand 10.000 geboten. Wenn ich jetzt sagen würde, Digga, ich lege dir jetzt 15.000 hin. Ich verkauf die nicht. Bring mir die Schuhe vorbei. Nee. 17. Nee. Ey, also, ich weiß ja, dass die im Wert auf jeden Fall die ganze Zeit nonstop steigen. Marc, wir machen einen Deal. Verkauf ihm für 17, du besorgst dir für 10. Jetzt musst du aber die 17 auf den Tisch hauen. Nein, aber das Ding, worauf ich hinaus wollte, war ja eigentlich, Schuhe dann in solchen Klassen, diese gefragten Dinger weiter zu verkaufen. Ob das jetzt die Mags sind, ob das Yeezys wären. Ja. Würdest du es nicht bringen? Würde ich ganz nicht übers Herz bringen, die zu verkaufen. Und die auf keinen Fall. Und auch nicht die Star Wars Edition von Adidas. Auch auf keinen Fall. Ich habe ja mal durchgezählt bei mir. Ich habe 60 Paar Schuhe. Okay. Nicht ausgefuckte. Ich wollte gerade sagen, 60 Paar Schuhe, da kann ich grob überschlagen mithalten. Aber nicht ausgepackte. Nicht ausgepackte. Krass. Die ich alle aufhebe auf jeden Fall. Das ist schon krass. Von Jeremy Scott gab es ja auch. Ab uns gibt es ja auch immer ab und zu geile Dinger. Wie fandet ihr den SM Brocky, der im Sommer kam? Was war das für einer? Der komplett schwarze, all black. Da waren dann noch so Sterne auf der Seite drauf. Also den gibt es jetzt auch als black on black zu kaufen. Aber die SM Brocky Version hat halt noch so drauf gestickte Sterne. Okay, den kenne ich nicht. Ich habe die mit den Flügeln. Genau, die hat er auch. Ich habe gestern gehört von jemandem, dass einer sich die Nike Max geholt hat und die auch trägt. Ich habe mal ein Bild gesehen. Unfassbar. Ne, wirklich. Das ist kein Witz. Der hat zwei Paar, glaube ich, oder so davon und der trägt die einfach. Beide auch. Die war okay. Aber das ist auch cool. Ich finde das auch cool, weil dieses Sammlerding, so alles immer verpackt hinhängen, das weiß ich nicht. Aber da freust du dich in fünf Jahren oder zehn Jahren irgendwann mal. Ja klar. Dann kannst du die immer noch anziehen. Das ist halt die Frage. Also ich glaube bei so einem Nike Max, wo wir glaube ich alle so die Generation sind, die halt komplett von Marty McFly angefixt waren, würde ich mir auch zweimal überlegen, ob ich sie anziehen. Bei allen anderen Schuhen stimme ich dir vollkommen zu. Ey, zieh die Dinger an. Dafür sind sie auch gemacht. Ja klar. Ja klar. Aber vor allem, wenn du gerade die Replikas schon im Schrank hast, dann trägst du nicht die Originalen, weil dann gehst du mit den Replikas raus und freust du, dass die Originale zu Hause hat. Die sehen nämlich auch geil aus. Ich habe die ja gesehen. Die sind echt krass. Ich denke mal, würdest du einen Nike Max anziehen, wenn du ihn hättest? Ehrlich gesagt ja. Echt? Weil du bist ja auch jemand, der sagt anziehen. Aber hängt echt davon ab gerade, wie der finanzielle Status ist. Also ich hätte echt Bock auf das Ding. Am Anfang habe ich mir gesagt, Alter, so ein Schweinegeld, da bin ich auch zum Markt. Wie kann man nur so viel Geld? Aber jetzt ärgere ich mich, dass ich ihn nicht gekauft habe. Echt wirklich. Aber wenn du jetzt den Marktwert sehen würdest und würdest sagen, ich könnte für das Ding einen 10er kriegen. Ja, natürlich. Das ist halt immer so dieser schwierige Spagat. Aber das Ding ist halt natürlich, wenn ich ihn für 2,6 kaufe, ich glaube, es gibt einfach mehr im Leben, was man für 2,6 sich wahrscheinlich gönnen könnte. Aber andererseits ist das so, das ist ja ein Kindheitstraum von vielen von uns. Also ich meine, wir leben das ja, weil wir konsumgestört sind. Und wenn du dann jetzt auch noch mal eins on top packen kannst und eine Botte kriegst die auch noch passend zu deiner Karre ist, also was willst du denn mehr? Ja, eben. Das muss sein. Und das sind eine Geldanlage. Wenn du es halt nicht kriegst, dann ist es eine Geldanlage. Wie ein guter Wein im Keller, hast du halt deinen Schuh da still. Genau. Ich meine, für einen besonderen Anlass, vielleicht heiratet er mit den Dingern oder sowas. Das können sein. Ja, total geil. Aber ansonsten. Ich wollte gerade sagen, er nimmt halt vor meinen Traum, er hat die Laurel, er hat die Mads. Also schlecht wären die Dinger ja nicht, außer sie werden irgendwann mal vielleicht schlecht gelagert sein oder? Nee, nee. In Berlin gibt es auch irgendwann mal. Ja, wie lagerst du die? Im Schuhschrank, in so einem ganz normalen, simplen Karton. Obwohl die Sohlen ja irgendwann aushärten. Ich wollte gerade sagen, soll man die nicht klimatisieren sogar dann? Ist halt gefährlich, weil das Ding ist, du weißt ja nicht, was die für ein Innenpapier reinlegen. Also es gibt ja schon chemische Prozesse, wenn ein bedrucktes Papier mit Kunststoff in der gleichen Box, kann dann halt der Weichmacher im Prinzip aktiviert werden und all so eine Sache. Also diese alten 80er-Jahre-Tornschuhe, wo dann die Sohlen so abmacht. Die ganzen PU-Schaumsohlen, die dann röselig werden. Also dieser gelbe Kleber da dran. Genau. Holst dir einen neuen Kleber, so einen U-Spellkleber, klebst du da dran, freust dich. Bei irgendeinem Videodreh habe ich mal so einen alten Botten angehabt, da hab ich so einen geilen 80er-Jahre-Dinger original verpackt. Und danach auseinandergefeiertes Ding. Und dann während des Drehs ist dann die Schuhsohle abgegangen. Nice. Das muss wahr sein. Das ist eine Hölle, oder? Wenn sowas passiert. Und ich glaube, bei ihm ist gerade im Kopf so, fuck, ich muss nach Hause. Nicht, dass du für 2600 Euro jetzt einen Schimmelpilz in der Kiste hast. Ich check das jetzt wirklich mal. Schön, die Teile. Oh, wie krass das läuft. Gäbe es denn überhaupt noch einen anderen Schuh, für den du, aber vielleicht auch ihr, einfach viel Geld auf den Tisch packen würdet? Ich bin ja eh nur der DJ, weißt du? Ich bin ein riesen Fan von 5-7-4ern New Balance. Ich habe sehr viel davon, ich glaube grün, gelb, rot irgendwie. Also New Balance, wenn ihr das hört, ihr wisst, wer nach Schuhhörer kommen könnte. Da bin ich so ein bisschen, wie gesagt, ich oute mich jetzt mal richtig. Also ich meine, ich finde den Film auch super, aber ich muss den nicht haben. Also für 2600 kaufe ich mir lieber einen Flipper. Wenn du nachts bei ihm zu Hause bist, dann überall nur Automaten. Sogar im Schlafzimmer, das ist alles voll. Also ich glaube, ich habe alle Konsolen, die es gibt. Ich spiele mir jetzt zu Hause. Außer diese ganz alten 8-Bit-Dinger, die interessieren mich nicht. Wenn wir jetzt wissen, dass bei Marc die Leidenschaft eben auf 2600 Euro Schuhen liegt, bei dir die Leidenschaft auf Flipper liegt und Konsolen. Und bei OldArts natürlich bei Frauen. Was bei den anderen natürlich auch. Wofür gibst du denn jetzt dein Geld aus? Ach so, für alles mögliche. Man hat ja immer irgendwie seine Phasen, in denen man sich für irgendwelche Sachen interessiert und dann irgendwie aus dem Sammelfilm kommt. Zur Zeit ist es bei mir die analoge Fotografie. Ich bin ein ganz großer Fan von analogen Snapshot-Kameras geworden. Und diese ganze Lomo-Nummer auch? Ja, auch Lomo-Kameras, aber eher nicht wegen der Lomografie, sondern wirklich geile Snapshot-Kameras. Die gute qualitative Bilder, wie die Yashica oder Olympus XA-Kameras und so. Hier und Jek ist ein geiler Laden. Sorry, dass ich unterbreche. Der hat richtig viele alte Sachen. So Hasselblatt und eisige Geschichten. Ja, dann muss ich gleich mal rüber. Der ist gut. Man merkt, das sind alles so Sachen aus unserer Kindheit. Alles 80er Jahre. Hier Martin McFly, Back to the Future, Flipper und 16-Bit-Spiele. Analoge Fotografie. Ich habe auch Super-Acht-Kameras ohne Ende, die ich sammle. Auch richtig geile Kameras. Aber meine wahre Leidenschaft ist die Musik. Und Platten, Schallplatten, CDs. Und da kann ich von schwimmen. Das Geilste sind immer unsere Gespräche. Wenn wir im Tourbus unterwegs sind, dann sage ich so, guck mal, ich habe gestern eine Dreamcast VGA gemoddet und ein Pad-Hack gelötet, damit man es an vertikalen Naomi jetzt zocken kann. Dann sagt er, hier eine Olympus 92X mit einer 8er Blende. Die macht auf jeden Fall nichts. Das geht die ganze Zeit nur so. Und Marc Putts Schuhe. Marc Putts Schuhe, ja. Wir sind aber bei Turnschuh TV, oder? Wir sind bei Turnschuh TV und in der Soulbox in Zukunft auch all eure anderen Kindheitserinnerungen. Wie machen wir das jetzt? Wie kommen wir jetzt am besten von den Kindheitserinnerungen? Mach einfach einen harten Cut. War ein super Gespräch. Ich habe mich echt, Jungs, ich habe mich echt gefreut. Ich mich auch. War super mit euch, hat viel Spaß gemacht. Wir haben viele Dinge aufgearbeitet, die uns so beschäftigt haben in den letzten 30, 40 Jahren. Und in diesem Sinne, Turnschuh TV verabschiedet sich. Ich wünsche den Atzen nur das Beste. Ich wünsche den Atzen nur das beste. Ich wünsche den Atzen nur das Beste. Ich wünsche die Nachricht. Ja, ich wünsche die Nachricht. Ich wünsche den Atzen nur das Beste.